So ihr Lieben, jetzt stehen wir hier im Auto und fahren gleich los. Und das sieht so schön aus mit den Bäumen. Bisschen Wassertropfen hier, aber das macht nichts. Und deswegen dachte ich mir, weil das so schönes Licht ist und weil die Bäume so schön aussehen, dann mache ich nochmal ein Live-Video. Das sieht wirklich super aus, also sehr schön, muss ich sagen. Ja, falls sich jemand dafür interessiert, wo wir sind, immer noch in Levi, circa. Wir fahren jetzt weiter. Wir fahren von A nach B, sozusagen. Schulzentrum ist hier, Stadtbus. Wir fahren jetzt zum Schulzentrum. Worin werden wir denn geschult? Keine Ahnung. Entfotografieren. Entfotografieren, damit es noch schöner wird. Die Bäume sehen aber auch toll aus. Hier, guck mal. Wie im Winterwunderland. Wir sind im Winterwunderland. Woa. Also in echt sieht es natürlich noch gigantischer aus, als auf dem Video. Aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Tja, so ist das. Eigentlich praktisch, dass man die Live-Videos machen kann. Muss man nicht die normalen Videos sagen, weil der Film ja schon voll. Der Film ist voll. So, wenn du magst, kannst du auch meine Sitze wieder ausmachen. Das war nicht die ganze Zeit, ne? Ne, das reicht erstmal. Sparen wir Strom. Grundwärme. Das ist schon jetzt da. Der Popo ist auch von normalem ein bisschen heiß. Genau, mein Popo ist heiß. Ja, ich friere ja nicht so schnell. Das ist ja das Problem. Das ist doch minus 14. Vielleicht war es ja im Ort nur so warm wegen der Stadt. Das kommt rein. Woher ist er jetzt? Das war nicht über den Fluss. Über den Fluss? Ja, der Fluss würde auch diese Grundwärme gemacht werden. Ne, vorne ist besser. Ne, wie Salmi ist nämlich hier. Das ist doch kein Platz hier drin. Ja. Das ist der Fluss. Ja, das gibt's doch. Ist doch dein Gebiet. Ja. Minus 15. Minus 15 Grad. Es kann sein, dass es trotzdem so kalt war, dass wir losgefahren haben. Das kann sein. Es ist eine klare, kalte Luft. Jetzt ist der Fühler frei oder geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es minus da war. Vor allem minus 7 bis minus 15, dass es so unterschiedlich ist. Das war bestimmt minus 15. Aber bei dem Geschäft stand auch noch minus 15. Dann war es vielleicht im Ort. Aber irgendwie einen guten Hitzer. Ja. Ja.